heute war ich einfach nicht so bin ich zufrieden ich bin eigentlich schon zufrieden ich hab schon echt gute Dinger bekommen ja manchmal ist es echt böse das hab ich jetzt wieder vernünftigen Sound wir wurden ja also Gwenz und ich wurden jetzt die ganze Zeit nicht auf MMR4 gestuft das heißt ja schon irgendwie, das muss ja laufen hä, ist das ein neuer Spawn hier? ja der ist so nah dran auch ja, kannst ja direkt hier rein wann denn? der hat es überlebt? du hast gar nicht getroffen was? du hast gar nicht getroffen lag war das denn au, jetzt kommt ein Ligger hat er auch eben erstmal nicht verstanden was Ketris gesagt hat deswegen war ein Lack dann ha 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 Kaffe? ja, ne FG ruhig du, bist ja arm lauter konnten wir auch nicht sein ey ne wenn da jetzt 500 rausgekommen wären wär ich wieder rausgegangen ich hab ja angefangen Debi doof zu spielen ich hab letztens gesehen dass da ein paar Achievements freigeschalten wurden ja also ich muss sagen als Survivor bin ich echt richtig schlecht finde ich echt richtig schwer auch zu spielen weil wenn ich sehe wie mich manchmal Leute nass machen gut ich bin wahrscheinlich auch kein guter Killer aber ähm Killer ist halt auch Mobbing teilweise mhm, Survivor sind schon sehr stark in dem Spiel ähm ja ich merk das halt einfach weil eigentlich viel kann ich nur Shooter spielen 60 Monate irgendwann, du hast auch viel Counter Strike noch gespielt ja und Rainbow Counter Strike Rainbow und dann halt waren so meine Games was ist hier? oh nice hat jemand ne Stiggy? danke für 60 Monate wusstet ihr, dass ihr eine Fake und für 200 bis 300 buchen könnt? äh ne hab ich nicht dankeschön Callers danke 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 und hallo das ist ja nett kann ich gegen meine Scottfield austauschen fahr ich fahr den Aufzug mal runter damit die Gegner nicht auf die Idee kommen ja ich hab hier oben nen Fass ich würde ihn lieber oben lassen immer ach damit die nicht runter springen weil damit die nicht runter springen kann ich fahr wieder hoch ja ich hab hier oben auch nen Fass gemacht das hab ich damals bitterlich lernen müssen das war nämlich auch meine Überlegung und dann springt da ne Shotgun runter ja gut baller dich aus dem Leben komm ist es noch weiß? ja ja okay ich mach hier unten im ach ich hab keine Fallen hier ist noch ein gelbes Fass unten ich weiß nicht ob der das auch machen will naja dann komm ich da hin hier oben war nicht so viel hier auch auch noch weiß naja hier hier ist noch das Fass das hier kann man echt nur doof trappen Kriegen ihr da kommen? ja ich hab auch kriegen gehört hier ist noch eins wenn du noch was wusst einen hab ich noch ja war jetzt nicht so zufriedenstellend aber wie man die vermienen konnte Kränen aus Nordosten Healing da wo der Boss ist ach guck mal ich kann wieder Raben hören aus welcher Richtung die kommen meine Güte das war echt das war echt Scheete das war wirklich Müll hier ist ein Blueprint und euch nicht kann Nefin nehmen ne ich brauch ja auch nicht so die sind wahrscheinlich nebenan einfach nur ich würd mal schon mal ein Öklein drauf werfen mich ein bisschen außerhalb positionieren und zur Not dann flanken wenn Gegner zu euch kommen ok ja pass auf hier hab ich ja vermied aber du bist eh schon runter ne bei uns sind welche da ich flank sind die bei dem Fahrstuhl ja aber noch viel weiter dahinter glaube ich oh Gott neben mir wurden gerade ein Enter getriggert ich seh den auch nicht mehr der hat einmal auf mich geschossen ist aber auch kein Ausgang den die jetzt dicht machen wollen nehm ich Steps da ist ein Zombie bei dir Halo was hat der denn da gelootet hä? der wollte das Midi-Kit nehmen er hat einen Doktor Grunt getötet lol ich hab den auch gesehen und dachte grad was looted der denn da pass auf hier ist auch noch ne Falle haben wir hier ein Feuerchen ne ne hier ich hatte eben warte ich glaube unten war eins links hier ist auch ein Feuerchen ja ne hier waren wir die ja hier hier oh hier sind ein Upgrade-Points oh das ist dein Pferd soll ich den anzünden direkt? ja da hinten läuft er der zielt auf euch der zielt auf euch ah da ja oh ich kann da nicht grad zwei sind da oder? ja Tag einer hier im Gebüsch einer links einer läuft links hinter das Gebäude von der anderen Richtung kommt ein Cren ich hole mal schnell das der cross das Wasser ich hole mal schnell nen Bounty Tag 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 zwei Tags überlebt Tag zwei Tags überlebt über sein Maid anzünden jetzt da hinten hat einer gemilligt ich seh nur einen bei dir Ketris in deiner Richtung da ne? ja aus der anderen Richtung kam jetzt auch nix in Hilfe ich hab nix gesehen Headshot ich muss mal zu euch laufen dann seh ich das Headshot 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 ne dann ist einer aber noch hier weg der aber im Tor ich hab keinen gesehen mehr beim Compound beim Compound Devent ist der gleich war der zu weit weg der ist zu weit weg also ich seh keinen jetzt auch nicht? ne auf mich wird aber geschossen von da vom Church ja ok hinter uns ist nix Afto schon wieder her Nordosten auch was hast du den gebrannt auf der Street? ja ok oh Afto ich bin mir nicht sicher ob da jemand war ich seh keinen doch da äh ja gut Church seh ich einen ah gut Church ok aber der eine ist ja noch beim Compound es sei denn Ketris hat den doch mit den zwei Tags ne der ist weiter gelaufen ich hab ja Spitzer leider und Arm getroffen da ist der Headshot das Team ist weg was hat der für eine Waffe ey ich brauch Spitzharmonie ich geh 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 hin hä? achso der Sparks und spielen auf tausend Metern ey und was hat der? warte der hat äh der hat äh Reckoning Sparks mit Gift Ammo ok ich wechsle ich mal das die pushen ich wechsle mal eben die auf die Sparks weil mit dem armen Brust wird das nix auf die Reign hast du sie gesehen? das ist ne Chaos aber dahinter schießt glaub ich auch noch jemand oder? das ist ne Chaos ja äh Schottwulz denk dran an diesen Bogen 2NE 2NE ok und sehen mich anschein ahja da da Headshot einer tot das ist nur n Chaos Shot Bolt Chaos Chaos Bolt denk dran ach ein Chaos Bolt hat der Lust der Höcke rechts zwei Stück rechts komm an der Mauer? ne in die Tür reingegangen ja am Eingang ok ja wir können rangehen aber zusammen immer bleibt beieinander damit wir refraggen können ja hast du noch ne Sekunde Nefi? ne auf der Straße? der hat den Bounty der da draußen liegt ja schnapp ich mir ist sind beide da hinten? ich hab warte einer nur noch ist nur noch einer ja der ist hier an der Kante? äh ja 42 Meter Headshots Bugs was? ach come on ey ich hab auch ja ich hab auch au warte sind noch zwei was? sieh du nur noch? ein Flash, ein Flash! ich hab ihn nicht getroffen ich hab ihn nicht getroffen ich krieg jetzt nicht mal einen Assist dafür nicht aufregen ich hab den ich hab nur genau auf den gezielt dachte ich was ist das? ey da ist schon wieder ein wilder Headshots hier gegen mich und ne viel ey puh die die Frack ist es die Frack war es dadurch konnte ich dich direkt wieder retten ein Glück ey und wir konnten refraggen beziehungsweise ja haben wir jetzt doch noch unsere Dingens bekommen wir haben einen Uppercut hier liegt eine und ich hab auch noch eine in der Hand ich würd meine Dings wieder nehmen ich hab jetzt schon eine ich hab jetzt ne Uppercut und die Sniper von dem genommen ok Uppercut ist ja mehr wert als die Romero ne? nehm ich die wohl mit guck mal das war doch mal wenigst ne gute Runde ey die haben wir meine ah ne die haben wir meine Bounty geklaut aber haben sie nicht ey jetzt haben wir doch noch unsere Duel let's go oh mein versöhnliches Ende hier nochmal gute Abschlussrunde damit kann man ja auch schön ins Bettchen Catfish einfach let's go jetzt können sie auch töten wir müssen da wir müssen da wir können wir müssen nach nach Den bei Devin Drench, den hattet ihr ja noch gekillt, oder? Ja. Den bei Devin... Ja, den hatte Kittress einen schönen Header gegeben. Nix gedroppt. Können da einfach nicht... Guck mal, wieder hab ich... hab ich schönen Meter dabei. Alter, eine Weltspitze von Deutschland läuft. Es ist so traurig. Ich bin so ein Meta-Hero, ey. Es ist unglaublich. Funktioniert halt scheinbar ja auch. Ja. Ist halt extrem stark, ne? Ist ja nicht so, dass dein Aim da einfach so oder so auf dem Kopf war. Egal mit welcher Waffe. Ja, komm. Davor war schon ein bisschen mauer. Lesek. Lesek. Bis zum nächsten Mal.